Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schick ihn weg. Hier wollte ich mein Wohnhaus bauen, aber dafür gab es keine Baugenehmigung. Hey, das sieht ja fast aus wie in den Rückenbauten zu. Das ist mein Lieblingsplatz. Wissen Sie, dass ich Astronautin war und da oben auf dem Mond herumspaziert bin? Leila. Weißt du eigentlich, dass ich dich liebe? Dass ich schon die ganze Zeit total verliebt bin in dich? Was ist passiert? Ist er wenigstens gut im Bett? Pst! Ich liebe seinen Schranz. Er ist einfach wunderbar. So, va? Das war's für heute.